Nee, das war wohl nichts. Da könnte ich so rüberkommen, glaube ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn sich das Teil hier... Nein! Nicht bewegt. Oder so. Ein Stein. Ja, es war so klar. Ja, ich bin Mario. Danke. Nein, nein! Ich hasse diese Level. So. Nein, 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 nein. Wow! Bist du bekloppt im Kopf? Mario! Ich will die Sonne. Keine Ahnung, wo sie ist. Keine Ahnung. Nehmen wir die hier. Ja. Hier geblieben. Sonne. Blume. Ach, was weiß ich denn? Keine Eier mehr. Wuuuuh. Na? Alle roten Münzen? Schick. Wee. Nein, 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 nein! Mann. Das wird richtig schwer hier. Und meine ganze Konzentration ging in diesem gesamten Let's Play auch am Flöten. Na, das lasse ich jetzt mal sein. Seid ihr doof? Boah! Boah! Boah, 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 ey. Ne. Nein. Dafür noch ein Bonus. Das ist doch schön. Da wird unsere Mühe wenigstens belohnt. Und wir gelangen jetzt auch schon zum Zwischenboss, ne? 81 Punkte. Was haben wir diesmal für ein Spiel? Memory! Oh, ja. Super. Ne? Ich kann keine richtigen Sätze mehr bilden, seitdem ich dieses Spiel spiele. Okay. Okay. Hab schon die Hälfte vergessen. Nein! Was mach ich denn? Das war natürlich falsch. Blau. Okay. Grün. Das ist auch gut. Dann war hier was. Und da. Suppi. Pow. 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 Pew, pew. Was haben wir hier? Das Rote. War das hier? Ne. Fragezeichen. Okay. Wo das andere Fragezeichen ist, wüsste ich, aber ich kann nicht. Na gut. Ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Nicht schon wieder die Grafik-Bugs. Das ist Degos-Festung. Na gut. Hoffen wir, dass es schnell vorbeigeht. Da-da-da. Da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Wee. Oh Gott. Ich würde am liebsten jede Sekunde in den Safe-State sitzen. Gehst du mal da weg? Jetzt wäre ich doch fast da reingelaufen. Nee. So geht es auch. Warum schwer, wenn es auch einfach geht? Boah. Ich hasse diese Bugs. In der Grafik. Das ist halt, wenn man Yashi auf dem Emulator spielt. Boah. Na. Oh Gott. Nein. Nein, nein. So. Ha. Ja, ich werde gerade etwas ruhiger wegen Konzentration. Konzentration und allem. Wegen der ich auch nicht mehr... ...sprechen kann. Ach. Das... ...war knapp. Oh mein Gott. Ich will hier weg. Uah. Los, weg hier. Die Grafik-Bugs sind vorbei. Ich bin so froh. Uah. So. Sterne. Yo. Hier braucht man einen Schlüssel. Das sind komische Blöcke. Nee, das kann man mit denen nicht machen. Kann man die verschieben? Nein. Hallo! Das gibt's doch nicht. Da kommt hier einer der ersten Endgegner an. Und wie es aussieht, muss ich ihn besiegen. So. Braucht noch ein paar Eier. Hallo? Da. Da ist er. Mhm. Haben wir ihn bald? Ich höre ihn noch hüpfen. Wo bist du? Kleiner. Da. Na. Kommst du wieder her? Wo willst du hin? Bist du jetzt put? Ja. Wunderschön. Wunderschön. Ein Schlüssel. Gut. Aber erst noch ein paar Eier. Interessant, was hier so vor sich geht. Her damit. Her damit. Na los. Spuck's aus, du blöde Blume. Nein, du bist eine ganz liebe Blume. Aber du brauchst immer so lange und schießt die Eier überall hin. Nur nicht da, wo sie hin sollen. So. Jetzt hätte ich noch mal in die Stacheln fallen sollen. Das wäre es ja gewesen. Zum Glück war dies nicht der Fall. Speichern! Yay! Weiter durch die Kanalisation. Marios zukünftiger Arbeitsplatz. Hallo. Aha. Ah, ich erinnere mich. Nein, 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 nein. Gehen wir mal hier rein. Lettuce Sunshine. So. Voll alle Eier verbraucht. Oh, Bonner, ja. Ach, hier geht's wieder runter. Dann gucke ich mal in dem Raum hier rein. Noch eine Sonne. Ach, lassen wir das. Habt ihr keine Eier mehr? Gehen wir hoch. Ja. Hoch, habe ich gesagt. Herzlichen Dank. Wow. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Gucken wir mal. Hier. Ja, das geht noch. Hab nämlich gerade überlegt, wo ich den letzten Save-State gesetzt habe. Hui. Booyah. Einfach mal gucken, wo es lang gehen könnte. Blöde Maus, geh weg. Hui. Na! Na, 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 na. Das war nicht nett. Überhaupt nicht. Ich geh hier rein. Und hier rein. Und da lang. Ich will hier nur raus. Ach komm. Kack doch drauf. Ähm. Dann geh ich noch mal hier rein. Und hier rein. Das sieht recht gut aus. Ja. Äh. Ich glaube, wir müssen nach ganz oben rechts irgendwie. Aber hier war ich gerade drin, ne? Oh. Blablabla. So doof. So doof. Alles ist doof hier. Mir will das nicht gefallen. Nein, das gefällt mir erst recht nicht. Boah. Ich geh nur noch enrage in den Yoshi. Let's play. Aber ist das denn ein Wunder? Ich glaube nicht. Ha. Da braucht man einen Schlüssel für einen Korken. Den ich hier wohl nicht kriege. Aber wo dann? What? Wo dann, liebe Freunde? Noch weiter oben. Hä? Hier. Das wär's doch. Nein, das wär's nicht. Das wär's. Oha. Hier vielleicht. Hier haben wir ne Sonne. So geht's auch. Darf ich jetzt hier alles durchsuchen? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ich schätze schon. Hier haben wir die Sonne. Abh-mh-mh-mh. Te- hm. bb-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Tänke.